Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, Aplocaster124, heute in Mario Kart 8 Deluxe, wie ihr es schon seht, ich weiß die Qualität ist noch nicht so gut, ich werde gucken ob ich sie bald verbessern kann, aber um das Gameplay soll es heute nicht gehen, wie ihr es schon, denn wie ihr es schon im Titel gelesen habt, wird es heute um das 2 Jahre Special gehen, also das ist natürlich noch nicht das 2 Jahre Special, denn das Video wird am 2.2. 2020, das letzte Video auch, also wird das 1 Jahre Special und ich werde versuchen es so ähnlich zu machen wie das 1 Jahre Special, nur etwas besser und mit euren Fragen, also ihr könnt, also in diesem Video bitte, frage ich euch ob ihr Fragen stellen wollt, also ihr könnt mir Fragen stellen, also einfach hier in die Kommentare des Videos und ich werde dann versuchen sie in einem Video zu beantworten, also das wird so ein Q&A Video auch, aber ich werde in dem Video zuerst reden, was in dem Jahr passiert ist und was dieses Jahr passieren wird und danach werde ich eure Fragen beantworten, also ich werde nichts Privates beantworten oder, also es wird dann nicht im Video halt vorkommen, wenn ihr mich fragt, wie alt ich bin oder so, also ihr könnt mich fragen, ob ich, was ich vielleicht aufnehmen werde oder ihr könnt mir auch Feedback geben oder Wünsche äußern, die ihr vielleicht auf meinem Kanal sehen möchtet oder Sachen, die sich vielleicht verbessern sollten und ja, also das Video wird so ungefähr unter 10 Minuten gehen, also um die 10 Minuten sollte das Video gehen und ja, ich hoffe, ich werde euch im 1-Jahre-Special, ich meine 2-Jahre-Special sehen und ja, dann hoffe ich, einfach mal ihr werdet mir Fragen stellen und dann sage ich einfach mal Ciao, Leute!